Hallo, grüß euch, ich bin die Sabine Klammer vom Samus. Ich habe ein reines Damenbekleidungsgeschäft. Mein Geschäft befindet sich am Fussel des Stiftes in Kremsmünster. Wir sind direkt im Ort gegenüber vom Helleis. Ich habe besitzt das Geschäft seit 2007. Mein damaliger Chef wollte das Geschäft schließen und er hat gesagt, Sabine, du machst eh schon alles, wirst das nicht du weiterführen und ich habe die Chance ergriffen und habe es bis heute noch nicht bereut. Bei mir im Geschäft ist eine Mitarbeiterin beschäftigt und zwar die Daniela Trinke. Die ist heute zehn Jahre bei mir. Das macht mich sehr stolz, weil wir passen sehr gut zusammen. Wir haben sehr viel Spaß miteinander und sind ein tolles Team. Unser Hauptlieferant ist eigentlich die Firma S.Oliva. Da haben wir für die modische Frau von heute alles von Kopf bis Fuß. Wie man sieht, von der Haune über die Kette, Schal bis zu die Taschen und bis zu die Schuhe. S.Oliva haben wir in den Größen bis 44. QS von S.Oliva haben wir schon ab Größe 32. Wir kriegen beim S.Oliva jedes Monat eine neue Wahl. Die Farben sind immer abgestimmt auf die Jahreszeite, die es gerade ist. Die zweite Firma, die ich im Geschäft habe, ist die Firma Yaya. Das ist eine liebenländische Firma. Die setzen sehr viel auf Naturmaterialien und eher auf gedeckte Farben. Was mir auf besondere Freiheit und Anliegen ist, das ist die Firma Require. Das ist eher sportive Mode, ist eine vegane Mode. Vegan heißt, dass einfach keine tierischen Produkte verwendet werden, wie Leder, Pelze oder Artaunen. Sie sind sehr auf faire Preise und faire Produktion bedacht und sind viel mit Naturmaterialien, 100% Baumwolle und haben ganz liebe Details immer. in ähnere Pullobern mit Knöpfen versehen und lieben Ornamenten. Wir sind auch eine Anlaufstelle von der Textilreinigung. Die Firma Wächter ist bei uns schon seit vielen Jahren. Die sind schon eigentlich länger herinnen als wir, weil sie waren auch schon bei meinen Vorbesitzern. Und wer mehr über uns wissen möchte, wir haben auch eine Homepage, samus-mode.at, wir sind aber auch in Kremsmünster Online und in Kremsmünster Online Shop vertreten. Die Ware, die da eingestellt ist, die wird immer alle paar Wochen aktualisiert und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß am Gallusmarkt und es würde mich freuen, wenn ihr einmal bei mir im Geschäft vorbeischaut. Die Ware, die da in Kremsmünster Online Shop sekt 영